Ja, es ist tot! Es ist tot! Ich bin stolz auf das! Hey Leute, was geht? Hier ist wieder die Piosche mit einem brandneuen Part von... Oh Gott, ne. Red du mal weißer Bush Norris, den ich hier entführt hab. Schon wieder? Natürlich. Ja, herzlich willkommen bei Pokémon PITCHCOCK BLACK! Ja, okay. Hat das gepasst? Nein. Da hast du, glaub ich, ein Wort zu viel. Ah, ne. Ja, das Pitch vielleicht. Ne, ich glaub das Black. Wir wollen ja nicht rassistisch heute sein. Es tut mir leid, wenn das Spiel so heißt. Also, es tut mir leid, aber es ist halt so, ne? So. Ja, ich muss noch die Arena fertig machen. Ich hoffe, ich krieg's jetzt hin. Ich hab' hier gelevelt. Und ich muss mich durch diesen dummen Wald kämpfen. Genau, er muss sich durch diesen dummen Wald kämpfen. Ja, weil so viele dummen Leute sind. So, jetzt krieg ich da aber hin, ich schwör. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich gegen Kokmada erstmal was anderes einsetzen soll. Ja, Kokmada, kannst du ruhig dein, ähm... Freddy? Samba oder so einsetzen. Du könntest ja, du könntest ja recht haben. Ich glaub, ich glaub ich se zum Boi ein. Ja. Aber das ist vom Akzent her gar nicht richtig, aber es ist egal. Du musst ja richtig schweizerisch reden. Das war nicht schweizerisch, wenn es schweizerisch... Also, das war jetzt, was weiß ich, was das jetzt gerade... Das war schweinerisch. Halt deine Fu! Was denn? Warte mal, was ist das wieder für ein Deutsch? Halt deine Fu! Geil. Wir haben heute richtig gutes Deutsch von Yoda gelernt. Mh, extrem. Mh. So, hallo, jetzt gibt's, jetzt gibt's, jetzt gibt's, jetzt gibt's, ich weiß nicht, eine kleine Abreibung. Oh, okay. Oh. Was? 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 Dieses Kokmada, ich hasse es, guck's dir an! Es guckt dich an. Es ist so hässlich. Jetzt guck mal da. Früss mein Blubstrahl. Guck mal da. Ich hab die Diagnose, ich glaub's nicht. Bräuchte's, bräuchte's irgendwie so ne, äh, ne Bäre, die halt direkt das Einschläfer wieder aufhebt. Stimmt eigentlich, ich hab ja eine. Diese hättest du ihm zum Tragen geben müssen. Ja, you don't say, fällt mir jetzt auch gerade ein, verdammt. Da hättest keine Probleme mehr. Außer, außer setzt es 20.000 Mal Hypnose ein. Weil es ein kleines, verdammtes Arschloch ist. Jai. Ein wildes Wormboll. Ich bin ein Kokmada, ich setz jetzt Heimzahlung ein und nehm dir die Hälfte der HP weg. Ich glaub schon gar nicht. Jetzt kommt sicher wieder Hypnose. Ah! Spür meinen Mittelfinger, Alter. Er hat nicht getroffen. Ach scheiße, der Mittelfinger ist daneben gegangen. Vielleicht den anderen Finger. Ne, 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 die Dingens hat nicht getroffen, die Hypnose. Oh, cool. Oh, mein Zombo ist ja gleich down. Wo geht denn hier ab? Du glaub... Uh. Ein Volltreffer mit Blubstrahl. Schwalbers. Oh, nice. Ja, da nehm ich Alfredo doch gerne rein. Los, Alfredo! Alfredo, dein komisches... Mein Hottehü, mein My Little Pony verschnitt. Du meinst ein Donnerpony? Ja. Warum hast du's nicht... Ja. Nein, ich hasse My Little Pony. Genau aus diesen Gründen hab ich's nicht so genannt. Ich hasse My Little Pony so abartig tief, das kann ich nicht irgendwie sagen. Ja, jetzt nenn ich es zum Spaß, Brony. Alter, dieser Damage. Wie immer. Ah, diese Ranger gehen dann echt auf den Nerv. Ah, stimmt ja. Schwalbers verbrennt hier wegen dem Heißorb. Ich dachte gerade, ich greif's mit Donner an und es fängt an zu brennen. Ja, jetzt kannst du's nicht mehr paralysieren, aber es hat keinen Angriff. Aber trotzdem hausübelst rein. Ja, es hat mich jetzt fast umgelegt. Mein Alfredo zumindest, aber mein Alfredo hat's geschafft. Ich bin stolz auf dich, Alfredo, wir kommen ja schon die Tränen. Ja, ich hab's direkt gewonnen, hättet. Jetzt kommt's, Biso-Funk. Ach so, das kommt so spät bei dir. Ja, ähm, komischerweise, es ist immer anders irgendwie. Es regt mich gerade etwas auf. Oh mein Gott, ein Ohr doch. Oh mein Gott, ein wildes Ohr doch. Da gibt's XP, wie soll der mehr? So, komm, jetzt aber Olaf. Wir machen jetzt einen Weckruf. Bedingungswert, dass zwar die Wehre, aber der zweite Hit sollte dann sitzen. Ach so, okay. Hä? Hä? Ah, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, weil... Egal. Einfach so. Gegen Züge. Eigentlich... Eigentlich bräuchte ich mal so eine Flugattacke, die halt mehrmals trifft. So, jetzt sollte ich's aber hinkriegen. Komm, 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 komm. Wie der Angriff von Zerbi vollstark. Was hat das Ding geraucht? Smoke, smoke, weed weed everyday. Noch irgendwelche Fragen? Ja, nee. So, jetzt komm aber. Hör auf zu zicken. Natürlich. Mach das Ding doch kaputt. Ich bin ja dran, aber Aloe sitzt immer diese Supertrinke, ey. Das Kerl. Ja, trotzdem heißt er Aloe. Aloe Vera. Michael. Was? Hä? Was? Was, Cock? Ach, schon wieder ein Seppifoi? Ich hasse Beesofunk. Ich hasse dieses Ding so sehr. Ach so, das... Ach, das eine Ding hat er irgendwie... Na ja, Freddy ist ja noch da. Freddy schreitet zur Tat. Da 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 da. Freddy! Freddy! F enzymes! Lette mich Freddy! Los, Kalklinge, fick das Teil weg! Freddy, fred, fred, fred. Freddy fred, fred. So, Beesofunk ist down. Freddy erhält 1091 EP-Punkte. Level 28. Vergeltung, ja das würde ich ja gerne lernen. Und ich ersetze es durch Aquaknare. Yay! Aquaknare. Unnötig. Tja, jetzt bin ich rein an, So was kommt jetzt, ah jetzt kommt Giraffe-Rack. Giraffig. Oh, das Ding hat Umkehrer. So Giraffe, jetzt geht's rund hier. Spür meine mächtige Kalkklinge. Oh, ein Psystrahl. Au? Nee, geht eigentlich noch. So, spür meine kolkige Kalkklinge, ich schwör. Na, warte. Was ist jetzt das Ding? Ai, 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 ai. Zieh sie durch das Psystrahl für Kalkklinge. Was denn? Ja, alles mögliche haben diese Drecksviecher bei sich. Oh, ich habe jetzt eine Psystrahl. Oh, scheiße, jetzt kommt noch ein Supertrunk. Warum nicht? Aber es ist down. Ich habe gewonnen. Yay! Du hast echt was drauf. Ihr kriegt mein Geld. Oh, mein Alfredo entwickelt sich. Yay, meine Entwicklung wieder im Part. What? Alfredo entwickelt sich? Ja. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich dachte, das hätte sich schon entwickelt. Nein, jetzt entwickelt es sich. Okay, dann muss ich das noch abändern. Du armer, armer Junge. Ja, das ist voll schlimm, ey. Tja. Faszinierend, unbeschreiblich. Oh mein Gott, du bist ein würdiger Trainer und jetzt kriegst du den verdammten Grundorden und du kannst gleich weitergehen. Hurra, hurra. Durch diesen schwulen Wald. Oh, schwul. Was? Oh. Lass gleich zusammen durch den schwulen Wald gehen. Ich bin schon durch, fast. Verdammt. Einzahlung. Ich bin gerade gegen das schwule Arbok. Am Kämpfen. Geil. Ah, ein Volltreffer. Musstest du... Ah, Mann. Das Ding hatte ein Prozent und... Ja, und denkst dich, ach, ich krette jetzt mal. Ah, die labern wieder wie Bücher. Mhm, wie immer. Lass mich gehen, ich will meinen Knackleon holen. Das Merkwürdige ist ja irgendwie... Paralyse sorgt irgendwie nicht dafür, dass es irgendwie nicht einmal angreift. Kommt mir zumindest so vor. Linde weiß, was ich meine. Mhm. So, jetzt Gras-Wixer. Was ist Gras-Wixer? Gras-Mixer. Ich hab Gras-Wixer verstanden. Oh, Genauigkeit sinkt. Oh, das ist praktisch. Heilplasma. Und wechseln sie. Yay. Oh mein Gott. Bitte macht Henne, ich will nicht mehr reden. Mhm. Danke. Ich darf wieder laufen, wie toll. Ja, und ich bin jetzt gerade eine ganze Zeit am rumlabern. Oh nein, jetzt kommt ja noch Artie. Artie, die Tunte. Ja, und dann musst du noch gegen die Zwillinge kämpfen. Und die ganzen Rainfall. Das ging gleich noch. Und die Plasma-Typen. Ach ja, das ist so ein Spaß. Das ist zum Kotzen. Ja. Komm. Oh, jetzt kommt noch Bell. Der muss... Ah ne, jetzt bin ich weicher. Ne, ich bin Sharon. Jetzt kommt Sharon. Ah, gibt's hier irgendwelche Probleme, Bush Norris? Oh ja, und was es für Probleme gibt. Du bist anwesend. Hahahaha. 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 Oh Mann, haltet eure Backen und lass mich weiterlaufen. Was soll ich denn sagen? Ich bin hier gerade eine Minute am Ars-Spam. Ja, was soll ich sagen? Du bist wenigstens schon weiter. Wo bin ich? Haltet eure... Haltet euer Maul. Bitte. 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 Ja, es ist ein Item-Radar. Und oh mein Gott, man findet Items damit. Oh, jetzt kommt Sharon. Wie ein Item? Ach, scheiße. Ich habe vergessen. Warte, lass mir kurz den Text. Jetzt kommt Sharon. Er wollte also, dass ich erst einmal das Museum bewache, richtig? Nein. Shut the fuck up. Geh aber da rein und halt dein Maul. Ja, Bell, geh rein. Haltet euer Maul. Macht irgendwas miteinander oder so. Sharon, das kriegst du doch nicht allein hin. Sharon, du bist die Unfähigkeit in Person. Ich komme mit. Obwohl, es bellt eigentlich nicht die Person in Pokémon Black, wo immer etwas tollpatschig ist. Ja, und im Anime jedes Mal Ash ins Wasser schubst. Ernsthaft? Ja. Weiß ich gar nicht. Sie rennt ja immer so viel und schubst dann immer Ash ins Wasser. Geil. Stehe ich richtig drauf. Und die kriegt ja später noch einen Picochilla. Unnötig. Hat sie nicht verdient. Ja, die Tasche sauber macht. Warte mal kurz. Das Pokémon hat einen Putzzwang. Echt jetzt? Ja. Geil. Putzende Pokémon. Was gibt es besseres? Scheiß auf Kämpfen. Putz. Oh, Artie. Halt dein Maul. Ach, jetzt versteht man auch, äh, 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 warum der Hausball so dieses Picochilla oder wie auch immer hat. Hm. Oh mein Gott. Geh weg. Du stinkst nach Fisch. Ist das ein Fisch? Ist der ein Fisch? Ist das ein Fisch? Ist das ein Fisch oder ist das kein Fisch? Das und viel mehr bei der nächsten Folge von Yoshi und Bush Norris. Und... Ja. Ich hab keine Idee mehr. Ähm. 1, 2 und eine Linke. Immer im Rhythmus bleiben. 1, 2. Wir sprechen unsere Strategie für jeden... KAMPF immer! Pein dies genau ab! Hm. Aber ich... Ah, ich glaub ich, äh, werd mich halt noch... Ich werd diesen ganzen Turm da oben zerlegen. Warum? Äh, xB. Schweine... Ah, scheiße! Ich muss ja noch mal das Pokémon sehen. Uh, was mach ich jetzt? Hm. Oh, cool! Dürre von Wulpix wirkt. Seit wann hat Wulpix Ding uns? Was Pflanzengabe von Kin... Kinoso wirkt... Kinoso verhandelt sich... Oh Gott, sieht das Ding hässlich aus. Jedes Pokémon hat Dürre. Ach komm, laber mich nicht zu! Ich will nur meine Pokémon daheim. So, Alfredo, setzt Nitro Ladung ein. Los, hau das Teil weg! Was passiert jetzt wieder? Quarko... Quarko... Dein Ernst, jeder... Wieso haben die blöden Zwillinge auch so ein blödes, beschissenes Bärenzeug, was den Schaden reduziert? Ich könnte kotzen. Das war froh, dass die Pekasches nicht hatten. Hör mal auf, Alter! Ja, aber die haben sich gegenseitig die Eier hochgeschaukelt. Erstmal Morgelieb und dann... Äh... Ja... Ach, mein fucking Gott! Nein, das Vulpix kann nicht meinen Horney verwirren. Nein, das muss mein Alfredo verwirren. Es musste ja wieder so kommen. Wie immer. Es nervt, glaub mir, es nervt mich wieder gerade so extrem. Ich könnte ein Kind auf die Welt... Ach, ich wollte nicht ins Erdgeschoss. Mein Gott. Alfredo ist verwirrt. Oh, danke Alfredo, dass du dich selber nicht angreifst. Wenigstens du bist ein brauchbares Pokémon. Yay! Gebrauchbar! Nicht du! Ach, schade. Du bist nutzlos. Nutzlos! 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 Oh, geil! Was?! Nein! Scheiße! Ich wollte eigentlich hier an ihm vorbeischleichen. Ah, Mann. Losbleib! Oh, ich hab die Schnauze voll. Mhm. Ähm... Warum setzt du einfach keinen Flug-Pogman ein? Jetzt warte, jetzt komm ich ja gleich dazu. Jetzt kommt einfach mein verdammtes Freddy und rasiert jetzt dem Wulpix die Eier weg. Oh, es ist ja weiblich. Hoppla. Oh, ho, 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 ho. Okay, die Eierstöcke. Ja, dann reißen wir aber die Eierstöcke raus, und nicht rasieren. Oh Gott, ne. Jetzt wird's böse. Oh mein Gott! Was denn? Mein blödes Alfredo hat sich selber wieder gehittet, weil es einfach nur so dumm ist wie Brot. Brot. Wie die Welt. Oh mein Gott! Es muss doch mein, äh, mein Dingens verwirren, mein Freddy. Ja? Ja. Ich könnte weinen. So richtig weinen. Warum denn? Weil dieser Kampf scheiße ist und der stinkt. Okay. Okay. Initiative von Alfredo steigt. Kinoso setzt Zauberblatt ein. Gegen, äh, Freddy. Was?! Hm? Es hat mein Freddy gewonehitted! Wie bitte? Seriously? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich wurde rasiert. Und vergewaltigt. Äh, von den Zwilling genutzt. Ja, von Kinoso. Mein Freddy wurde richtig anal penetriert. Es wurde One-Hit genommen! Okay. One-Hit! Warum nimmst du keinen Flugbock, man? Weil ich süß bin! Ah, natürlich! Nee, weil Dingens Alfredo kann ja eine Feuerattacke. Das reicht eigentlich auch aus. Oh, danke! Es ist tot! Muah! Ich hab dich angestellt und kaputt gemacht. Bist du schon in der Stadt, oder was? Ja. Oh mein Gott! Ich hasse es! Erstmal Superdrang einsetzen. Um Blades zu heilen. Gut. Ähm. Hm. Jetzt bin ich überlegen, ob ich event jetzt... Na. Ich bin jetzt überlegen. Welches Pokémon kannst du am besten jetzt wegficken? Ach, ich glaub ich lass Blade ever drin. Ich würd schon uns hinkriegen. Go, go, go! Tötet das dumme Ding. Blade wird die Müllbeute zerschneiden. Oh Gott, ich bin fertig. Jetzt darf ich gleich wieder healen gehen. Ich könnte weinen. Yay, healen! Ja, ja, ihr seid kleine dumme Mädchen und jetzt haltet euer Maul. Oh fuck yeah, wie das etwas leckt bei mir. Ich liebe es. Ja, jetzt halt deine Backen, ey. Okay, solange es nur Stachle einsetzt, ist ja alles in Ordnung. Ah, Superdrang. Okay. Na ja, passt schon. Ne, 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 ne. Ah, Feuertreffer, gut. Und jetzt haust du nochmal mit dem Feuertreffer weg. Sag, sag der Feuertreffer. Das will nicht. Ah, natürlich. Ja, ich hab gerade Angst, dass das Bild etwas bei mir leckt. Aber ich glaube, es geht gerade noch so. Hm. Nur die Musik ist gerade etwas lecky wegen dem Rendern im Hintergrund. Aber die hört man sowieso nicht bei mir. Ohoho. Ohohohoho. 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 Ein Ganovil. Ja, okay. Metror macht schon was. Funkensprung. Was? Äh, was ist passiert? Funkensprung. Angross von Olaf singt. Äh, Olaf macht jetzt einfach... Auf, auf. Nein! Natürlich müsste da noch ein Feuertreffer kommen. Mein Gott, ich hasse dieses Drecksvieh. Von Schillerbeil. Hey, das ist sogar effektiv. Geil. Olaf. Olaf. Hast du es jetzt mal bald? Hast du es jetzt mal bald? Wie hast du gerade richtig hart genommen? Ja, richtig hart. Oh, geil. Darf ich mitmachen? Nein. Was? Nein. Wie? Nein. Es hat ernsthaft... Nö, sehe ich nicht ein. Bitte treff doch nicht. Auf damit. Ich will jetzt auch mitmachen. Punkt. Punkt. Bum. Bum. Gewürrün. Bum, 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 bädi. Los, derp! Verbrenn das Mistvieh! Alter. Bist du heute wieder freundlich. Siedewasser. Kugel. Natürlich! Fahrt zur Hölle mit Verfolgung. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Okay. Kapalora. Los! Auf geht's! Wieso habe ich das so genannt? Was? Kapalora? Ja. WTF? Say what? Ja. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Das ist so viel Schaden! Danke. Oh. Hey, da liegt ein Item. Trifft nicht. Oh, Felswurf. Ach, ich feier Gas. Das hat ja so viele Müllscheißen. Das war ein super Trank. Los Murphy! Auf geht's! Oh, will ich gegen dich kämpfen? Nein. Ein wildes Pokémon! Oh nein! Was ist das? Was ist das? Waumball. Was ist das? Ja, ist das Drecksvieh. Warum ist das so schnell? Weil es süß ist. Äh, jetzt muss ich überlegen, wo war der Ranger nochmal? Ein Strawickel! Ja, ist tot! Es ist tot! Ich bin stolz auf das! Rucksack! Äh, der Hausmeister hieß Rasmus! 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 Ich wollte unbedingt wissen, was denn so für ein Trainer hier kommt. Also... Habe ich mich als Reinigungskraft ver... Das war ein großer Spaß! Hier kriegst du den XP-Teiler! Waah! Ja, wir wissen, was den XP-Teiler macht. Ja! 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 Ja!